Hallo liebe Kinder, wir grüßen euch ganz herzlich von der Kita Buntspechte. Leider können ja im Moment ein paar Kinder nicht zu uns in den Kindergarten kommen und wir vermissen euch auch ganz sehr. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schicken euch ein paar Grüße und machen mit euch zusammen ein paar Spiele und Fingerspiele. Hallo liebe Kinder, ich spiele für euch jetzt das Fingerspiel von der Familie Maus. Das ist Papa Maus, sieht wie alle Mäuse aus, hat zwei Ohren so groß, ein Näschen so spitz, ein Fällchen so weich und ein Schwänzchen so lang. Das ist Mama Maus, sieht wie alle Mäuse aus, hat zwei Ohren so groß, ein Näschen so spitz, ein Fällchen so weich und ein Schwänzchen so lang. Das ist Brudermaus, sieht wie alle Mäuse aus, hat zwei Ohren so groß, ein Näschen so spitz, ein Fällchen so weich und ein Schwänzchen so lang. Das ist Schwester Maus, sieht wie alle Mäuse aus, hat zwei Ohren so groß, ein Näschen so spitz, ein Fällchen so weich und ein Schwänzchen so lang. Und das ist Baby Maus, sieht nicht wie alle Mäuse aus, hat zwei Ohren so klein, ein Näschen so platt und ein Fällchen so rau und ein Schwänzchen so klein. Danke, dass ihr uns zugeguckt habt, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.